Alphapussy Live, mein neues Bühnenprogramm auf DVD und Blu-Ray. Alphapussy! Eine lustige Frau, das gibt's doch nicht. Da müssen wir aber mal richtig genau nachfragen, wie das alles passieren konnte. Oh, denk ich, jetzt hat er mich! Scheiße! Aber Sie haben recht, ich hab natürlich diese Vagina dabei, die ist ein bisschen sperrig, klar. Jetzt schon klar, wer hier Boss ist. Der Boss aller Bosses. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ich kann das gar nicht machen. Wie das geht, weiß ich nicht. Alphapussy! Alphapussy! Sag ich, Alphapussy, sagt ihr Pussy! Alphapussy! Alphapussy! Hallo! Meine Arsch und ich, wir haben uns auseinander gelebt. Kleiner Tipp von mir, einfach ein bisschen an der Erbse riechen, ist nicht mehr so schlimm. Na, dann machen wir uns ein Pikolöchen auf, oder? Ich weiß nicht, ich hab heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Rotte? Bitch! Ich will den Bums hier irgendwann übernehmen, Junge. Einfach mal ein bisschen die Alphapussy sein! Jetzt gibt's mein neues Bühnenprogramm auf Blu-Ray und DVD!